Scheiße, ey! Ich baue den Chopper! Let's roll! Ich glaube, er hat... Warte, ich nehm einen! Wo links, nicht rechts, nicht andersrum! Was jetzt? Röder, ihr Mumpkin! Dreckige Lache! Jawoll, ich hoffe, das war genau wichtig! Ich glaube, das gleiche Sämtliche, keine Nei heißen! Ja, dein Hubschrauberklauch von denen ist geil oder? Die sind beide auf den Film! Ja, genau, genau, hab ich gebraucht! Annen... Am G imposs... Annen! Ja, du bist ganz normal! Der ist bei jeder Mettbewerke! Hier sind die Lkw hinter! Der Panzerhof und... Wow, die Flugarme haben wir hier! So, noch Balladen! Ja, die haben gerade die Fahne eignet, oder die Eune, aber nicht so gut, sonst auch weg. Ist das keine Panzerabwehr-Rakete eigentlich? Danke! Doch, ja. Na, dann positioniert die doch gegen das Fahrzeug. Was zum? Wo ist der Ruckler hier? Verdammt! Komm, bist du nicht mal gestorben? Nein. Ja. Habt man schon. Fällt da ein Hubschrauber oder was? Ja, fein ich halt. Moment, ich muss nochmal an die Hubschrauber, weil ich hab keine Munition mehr. Wir haben auch schon neue Colt gerade. So. Mesdames? 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 Alter, wie soll ich da rum? Das ist so geil. Achtung, Panzer! Aber der Panzer pickt mich! Der Panzer ist auf. Ja, das ist auch gegen mich. Ja, das ist... Der Panzer ist auf. 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 Oh, Franzi! Was hast du jetzt? Mit der voll blödes Geschwänztruppe? Oh Mann, ich komm! Nimm mir rein! Nimm mir rein! Probiert weiter! Neustarter! Spielneustarter! Fack, die Flögerwehr! Fack, ich kann nicht schießen! Bin leer! Lass doch mal nach! Oh oh! Ich verarsch! Was hat mich da mal gemacht? Hey! Ne, ich war doch viel zu hoch für den Baum! Hast du mich grad erst verkrampft? Ach, du hast mich kramm! Mega braut! Du hast mich kramm! Nein, du hast mich kramm! Ihr habt doch gedacht, was ist denn das? Na, also mein Flogen, wo hast du krampft? Ich hab erst gedacht, ich wär am Baum hängen geblieben, oder? Da hab ich gemerkt, hä? Beben sind doch viel weiter unten! Ich hab schon wieder keine Muni, verdammene Scheiße! Ja, dann hol dir halt welche! Nein, ich hol mir neue Hubschrauber! 4 Munition! Na, wo gestanden ist am Anfang? V.O. War jetzt blöd! Dann bin ich is no more! Das war ja sehr erfolgreich, hä? Entschuldigung! Ich hab gar nicht gekramm! Ich hab immer von euch gespät rumkommen und mich anholen! Wo willst du rumkommen? An Basis, zu uns! Zu unserer Base! Hallo, da komm ich grad her! Rechtsbranche! Und ich hab mich selbst eliminiert! Gleich rollwaves! Da ist ein feindlicher Umsauberflieger, der schützt gleich ab! Ausgestiegen! Ja! Wer von euch zwei kann mit uns kommen? Oder hast du den Petschi gehört? Ich hab immer noch unseren Schrauber gerade! Der Petschi sind auch gerade am Start! Hä, da haben wir ja nur drei Hints am Start! Hä, nein! Kann das sein! Oder sind die am gleichen Hints? Nein! Hä? Was laberst denn du? Da haben immer noch nur zwei Hints! Hä, wieso haben wir drei Hints? Komm an, zack! Der ist in eurem! Du bist in eurem! Und ich bin in eurem! Hä? Oh Gott! Bist der gespawnt bei uns an der Basis? Wo hast du denn her? Der war gerade da! Hä? Wie? Kann das sein! Nicht möglich! Wir ändern doch schon zwei! Wunderschön, ein Petschi! Ja, den hole ich mir! Er braucht gleich Munition! Nein, den hole ich mir schon! Oh Mann! Wenn ich es überleben sollte! Nein, du! Oh blöder Wichser! Was külpt mich denn da so bitter? Alter, was fliege ich halt über den Scheiss Sammler? Das kennt gar nicht mehr so eine Abwehrfahrt! Wovon scheiss ist er aber flieg schon oder der Benni? Also 11 mal! Ja, übel, gell? Wir haben jetzt kein Kill Wartenkopf fixen, und wir haben hier kein Kill Abenteuer kaputt Anseln kaputt Volles Fett hier Aaaaaaah! Boop, 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 boop! Sie haben den Automus und den Buster, für alle dranliegen, alter Dasringe von oben, alter, einfach zu閒en Ja, wenn wir neuer im Battlefield wären, wäre der Prompto lang weg. Hey, überleg doch mal, wie es da jetzt aussehen wird, wenn da an einen Schlaglöcher in den Boden gehen würde, wie bei den neuen Battlefield. No ammo! Ammo! Ich seh irgendwie nix. Du siehst nix. Ja, das ist ein Google. Ja, das soll ich das machen, recht ehrlich. Ich kann nicht sein, dass ich ihn noch anfasse. Mal schon hoch. Fuck! Was soll das? Hallo? Ich bin ganz sanzt gelandet, was soll der Kacks? Das ist gar nicht so sehr. Ja, das stimmt. Ich bin ganz sanzt gelandet, auf einmal geht der Hubschrauber hier und zack, und der Kopf. Ey, wo ist denn jetzt mein Panzer? Hallo, wer ist hier? Wie ist das? Demi! Ist du das? Was? Vorne ist ein Panzer. Ja, ja, ich sollte grad kommen. Komm mal. Hallo, ich will auf die Eins wischen. Eigentlich die Farche. Guckt die Hände nachher, ja wohl. Hallo? Da passiert der wenigste, da passiert der nächste in der Hände drin. Das ist so nicht wahr. Du bist ein Deserteur. Ein Wüsteentür. Oh, schau wieder so einen Scheißbogen. Ah, Benni, du schmierst ab und... Schafft das auch nicht? Ne, er schafft das nicht. Oh, der Fetzi ist auch nicht mehr. Gut. Das ist ein Scheißfemes, Alter. Die rücken vor. Die gehen mir von uns gesackt. Wer holt mich ab? Wer holt mich ab? Wer holt mich ab? Fuck, fuck, fuck. Ah, Benni, ich bin doch da gleich. Alter, was, 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 was? Ich hab den Hubschrauber abgeholt. Ich hab den Hubschrauber neben der Kontrolle. Ich hab den Hubschrauber neben der Kontrolle. Ja, den hab ich abgeknallt. Ernst? Ja, innen. Total. Shit, ja. Okay, komm mal her. Und schau dich gleich. Was? Ich soll herkommen? Ach, du Arschloch. Guck mal. Hier! Hier! Rechts von dir, Simi! Rechts! Wer ist schon mit mir? Die sind grad Feindermier. Alter, zieh dich schon wieder fort. Wenn die wurscht rechts von dir. Ich seh dich nicht. Scheiße. Ist schon wieder fort. Du hast schon lang gelogen, du Sack. Oh, hallo Tom. Kampfer. Uh, sieben Meter fahren ab. Wie weiss. Freu mich an der battery, wenn ich nicht erschlagen werde. Oh, Feinde. Uh, steckt schon mal ein. Okay. Upsa. Ich bin wieder ausgestiegen. Happy check. Was ich cool finde, ist, dass die Leute mit dem Raketewerfer nach oben schrauber schießen. Du hörst gleich hoch. Das machen sie auch, wenn du flach fliegst. Ja. Also das haben wir jetzt noch nicht erlebt. Gar nicht. Ja, das ist richtig. Hey, die holen einen Fatschi. Die haben einen Fatschi. Die holen die Wichser. Ja, leider. Hey, macht das dem kein Schade? Ich weiss, das kannst du vergessen. Das gibt es bei uns nicht. Ich glaube, die Schadstoffe ist der Kaffee schon aus. Deswegen gibt es die da auch nicht. Ist das eine süße oder machst du es gar nicht? Ich esse es trotzdem. Ich esse es trotzdem. Vielleicht kannst du nicht lübschen, das ist es. Ja, ich esse es. Und ich alle, verdammt der Scheiße. Hallo, es stirbt doch. Du Sack. Endlich. Ich hab drei Sekunden geflogen und schau wieder hin. Das gibt es doch gar nicht. Was? Nein, nicht gut. Ich glaube, der fertig Heli ist immer noch da. Ach. Le Huebscherverbär. Le Huebscher hide. Le Huebscher okay. Le Huebscher Meer. Moment, ich muss den Apache machen können. Oh, forced beim Hubschrauber. they are fired. Ich, dann schной beim 빠ztere ich ab. Und. Locked auch im Re ​ Okay, dann mach ich ihn. Dann will ich ihn mal am Boden. Dann will ich ihn mal am Boden. Du hast mich angestoßen. Nicht angestoßen. Ich hab mich angestoßen, welcher Wichser? Ich bin ganz sanft auf der Bode aufgekommen und dann... ...macht der Hubschraube. Alter, das hat mich geschenkt. Leck mich am Arsch. Der Sagsfall. Lass mich raus bei meinem Hatschi. Anhalt, vergesse Abzahlen. Hallo, wieso hängt das jetzt zur Gestör? Ääääääähm... Bei mir hängt das nicht. Nee, diese guten Wästchen. Beih mich! Du stehst auf mir und komm! Was? Geht er weg von mir! Ja, ja, ich bin weg von dir. Udi mit dem Paketerrauschen treffen, schau ich nicht immer. Aber echt. Der Hammer. Die Waffe ist bei denen voll oberste Power. Da sind gerade beide Helis. Da sind gerade beide Helis, aber da sind noch Arpeggys, die oben stehen. Mensua Helis! Hast du dich mal fahren? Du brauchst selber auf E-Trick. Ey, die fallen da rum. Wenn das überhaupt unschreie oder verlieren? Das war schon richtig. Der Bildschirmkopf, ich kann feststellen. Kapitänbogen, scheiße da. Was? Ich glaube, es ist nie geholfen. Null! Uff! Ich habe gerade mit meiner Ansicht rumgespielt. Und das war vielleicht nicht so gut. Der steht da links oben eigentlich am Arsch der Welt. Vom Arsch? Ich? Ja, und versuchst du da nicht da wegzukommen oder so? Nein, ich kann nicht mehr fahren. Aber ich kann auch schießen. Und da sind hoffenweise Blaue, die gerade abknallen. Nee, dann bist du der denn, wo ich meine. Der ist nämlich als Mente unterwegs und steht außer am Spielfeldrand. Achso, nein, das bin ich nicht. Ich bin hier und meine Waffe ist überhitzt und kann nicht mehr fahren. Oh, der Scheiß-Bier geht nicht auf jetzt. Was, der Scheiß-Bier geht nicht auf? Das ist die wichtigen Dinge. Und dann... Oh, weiter schwarz her. Was? Ich seh aber nur. Ich geh aber nur. Ich geh aber nur. Jona da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab mich Montagrand abäter gehen. Da bin ich Montagrand am Pettge. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich hab den Griff ein bisschen zweit. Okay. Hat er keine Sicht. Kein Gesicht? Sicht. Ja, ich hab aus der Deckung das. Oh, willst du keiner fertig, oder? Scheiße! Da trifft mich der Herrschluss. Hinter dem Buckel läuft, dass ich gleich über die Kuppe komme. Na nee, du bist eine Sau. Genau gehört. Man muss hören, dass ich das war. Ich bin beeindruckt. Richter Hubschrauber. Oh, da nimmt da einer weg, komm! Fiesen ab! Da ist der drin! Ja, das ist doch! Der war schon tot! Kommt die eigentlich hin? Äh, Hubschrauber. Y oder so, kann ich hier hinlegen? Ja, Y. Hallo, hauptsächlich mal mit einem verfickten Traum, die mir steht. Tommy, Hubschrauber! Komm! Hubschrauber! Hubschrauber! Komm, ey! Vorsicht, der Panzer! Ich hab nicht! Ich hab den Panzer nicht! Ich hab den Panzer nicht! Ich hab den Panzer nicht! Gibt's da nicht! Hubschrauber! 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 So, rennt in der kleine Traum rum. Jetzt ist doch noch nicht, dann ist ja noch ein Rad aus! Leid doch nach! Ich geb sie ihn! Wäre du vier Idioten! Ich muss keinen reparieren Willst du mich verarschen? Hörb du, Victor Danke Oh, doppelst du das hier unter mir Da sind gerade 10 Feinde in der Mitte vor, ne? Ich hab gleich keine Munition, wär ja verdammte Scheiße Ich sammelst mittendrin und schlachtet sie alle ab Und der Sammy gleitet mit dem Panzer dagegen, oder wel? Ja Da hängst du an der Fahne, ja? Ja, bin gerade hängen geblieben Ups Hi Tom Ich denke ich sollte nicht mehr bei den Gegnern landen, um auf zu munitionieren Naja Wo häng ich denn? Du hängst ab oben Ja Kann man wirklich bei den Gegnern um auf zu munitionieren? Ging schon Ähm Aber nicht auf dem Flugfall, oder? Habe ich schon mal erwähnt Ja, ein paar Mal Was mit meiner Freundin? Hehehe Weghaft Der war gut Ach, verstehe Vielleicht, Freunde, nicht mal mitspielen auf dem Ziel Ja Ja Oh, oh, Achtung! Boah Ich glaube, wir sind zu viele Hubschrauber unterwegs Kannst du sein? Nein Kein Muni mehr, kann man nicht fahren Jetzt fahre ich, schwenden wir die letzte Dengern auf Direkt im anderen Hubschrauber gelandet Hey, der hat mich noch nicht mehr Upsi Hey Verzeiht eure Hoheit Hey, schieße mal Du, schau mal ab, der hier weiß Ach, das ist schade, da geht Oh, das sind auch noch Was machen die da? Kann man hier alle rum? Doch, nach, jetzt! Ich höre die anderen Raketen Oh, shit Jetzt wird es sein, dass wieder eine Patchy kommt Sonst zieht er alle fest Oh, shit Oh, shit Ich hätte mich auch gefragt Die Hubschrauber Apache ist nur noch Indianer, oder? Sie sind ja wie Apache Nummer 2 Ja, Apache sind Indianer Haben die Amerikaner ihre Hubschrauber? Es gibt auch noch einen Comanche-Kampf-Hubschrauber Ich meine, da hassen sie die Jahre lang und dann hätten sie ihre Geräte danach Ja, aus Friedensgründen Das ist Taktik Was? Von weich raus, dann gehen ja auch die Namen aus Ach, was? Die gehen nicht aus Wir haben da so viele verschiedene Namen Wir haben hier so viele Panschrauber und das ist die Tür Ja, die Panzer werden aber nach 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 Ich bin noch Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Hä? Das soll ich da visieren? Ich kann ja vielleicht als sie wieder aufgehen Wie ist der aus? Was zum Geier war das denn? Fick der Scheiße. Fick der Scheiße. Fick der Scheiße. Ja die Flüssigkeit ist echt eklig manchmal. Von welcher Flüssigkeit reden wir denn gerade? Deme genau von der. Weiber sind auch eklig. Wieso tropfelt es unten raus oder was? Wer hat mich jetzt schon wieder kaputt gemacht? Was tropfelt unten raus Simi? Na klar tropfelt. Ihr habt einen Sauertropfen. Hallo bei uns tropfelt es erst raus wenn ihr fertig wart. Ja das wollt eh nicht. Feine ihr Blöden. Ihr müsst ja da das putzen gehen. Das nervt mich auch. Da muss das Thema uns Flo rammeln. Bis endlich mal alles weg ist. Alter ich muss gleich roten. Ich glaube der Scheiß guckt sich am nächsten Tag noch an. Hiiii. Wir sind jetzt schon 60. Wem. Chef wenn du so gehst. Fenni. Nein. Oh mein Gott. Fenni. 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 Wo bist denn du? Seh dich nicht. Heiß ja Alter. Na ja ich hab keine Scheme mehr. Du musst mir auch eine Location nennen. Wo vom Flugfeld oder sonst was. Fenni. 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 Derbe ist genau diesem. Man взять und sch безопас. Woran свой. Du kannst entschließen ... Aaaaaah … Irgendjemand wird mich gerade umbringen. Ja er hat in die abgekrankern vorbei auf complic Organisation. Fach mit! Derance. Cant den kaputt. War das nicht? Schw kuv주고. fenni. Der hat sonst keine gute Kraft und hat den Panzer geklaut. Ich glaube, ich habe gerade ein Bein der Schlage mit meinem Buchschrauber. Verfickte Kacke, das trifft mich auch noch. Oh, was bist du für ein Panzer und Baum hängen bleibt, wirst du mit Arschen. Ja, Nadine, was denkst du, warum wir die neue Battlefield spielen? Was heißt das? Bleib ich da noch schlimmer am Baum hängen? Nein, da kann ich alles wegrammeln. Achso. Ist ja das Gute dran. Schau, da kriegst du Scheiss, was ich da zusammenprogrammierte. Aber bei dem neuen regst du dich auf, weil es überall Schlaglöcher gibt. So, ich habe für uns getötet, Nadine. Sehr gut. Du kannst bei mir einsteigen hier. Ich bin hinter dir. Ich bin auch gleich wieder tot. Du Arsch. Ja, ich bin schon tot. Ich bin ausgestimmt. Tat's weh. Ein bisschen. Abhöhe weg. Abhöhe weg. Abhöhe. Nicht der Rede wird. Eine Weile wert. Ich glaube, der Toffee-Tee vom Baumplatz ist praktisch gestiegen. Oh, Merk. Oh, Merk. Oh, nein. Oh, Merk. Ich bin schon wieder hin. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin schon sehr weit gekommen. Ich bin schon wieder so ein schwuler Hunk in meine Beine eingestiegen. Ja, ich habe noch vier Toffee-Fee-Packungen mit meiner Männer mitgebracht. Bei einer. Ich kann nicht weiter законч austoben. Ich kriege einen Baum hängen geblieben. Das gibt's doch gar nicht. Juhu warte. Ich will einen Bagger holen. Und er Alarm und erlöte den functioning. Ich bin in der Alarm und erlöte den Anruf. Seh mir jetzt reich. Unser Alarm und erlöte den Artillery. Der Artillery ist in der wie. Upschrauber, wappen. BENNI. Du musst den erst auf Munitionieren. Wart denn! Oh, jetzt wird einplein. Sie können einsteigen. Und den? Ja komm, hier steig rein. Es ist vorbei. Du Späden. die drei nehmen um da hat es am Panzer, nimm doch den ja, mach ich doch, ich frag Oshin, Oshin Hallo, wo bleibt mein Hubschrauber? komm, gleich wieder, ich nehm mich ne Apache wo ist denn eigentlich hin? die Animation ist auch so fail, weißt du dann schießt eine Granate und lädt dann sein Magazin an ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh na, wir können es nicht mitnehmen Jetzt ist der Apache explodiert. Wenn du bist abstürzt, oder was? Wenn du bist jetzt schon wieder tot. Die ficken mich schon wieder tot. Das kannst du jetzt nicht bringen, oder? Du bist jetzt nicht schon wieder tot. Der eigene Hubschrauber, der ist jetzt... Nein, der Apache ist explodiert, weil der eigene Hubschrauber, der neben der Luft gefallen ist. Ja, sag ich doch. Also. Nubi, du hörst dich ganz schön krassig an. Ja, du gehst nicht auf den Sack. Du hast ja keine Krass, der geht ja auf den Sack. Aber egal, wer hat die Kränze am Sackrad. Hilft? Fancy nehme ich mit. Hilft immer für mich. Willst du fahren nach den? Nö. Ich darf auch nicht fahren. Okay, du schießt gleich. Aber am Hals hilft es doch gar nicht. Äh... Möchtest du ein anderer, die aufnallt? Ne. Fremst du jetzt? Ja. Ist egal, ich renne einfach durch. Ja, jetzt ist keine mehr drin bei mir, oder? Ja. Da kannst du doch nicht wie man schießen. Ich bin Lerner. Ja. Ja. Jetzt will er. Gefängel. Mann, nö. Ich schock, schock. Scheiße, natürlich. Ich bin voll assig. Aber geil. Ja, Roman, das ist auch ein Scheiße. In diesem öffentlichen Server machen wir jetzt mal nur Menschen spielen. Erst nach 5 Sekunden gekickt. Okay. Nächste. Siehst du nicht auf mich? Ja, siehst du nicht. Warum sind wir dann gekickt, weil wir warten oder wie? Weil wir nur direkt vor deren Base warten und killen. Weil es AC ist, weiß ich nicht. Hörner Kack, wo bin ich jetzt schon wieder hängen geblieben? Ja, wie ist das normal? Ja, klären wir mal, wie du dann normal spielst. Ja, hier gar nicht. Ja, aber wie wollen wir nicht zur Base rennen, wenn wir das nicht darf? Wieder hin. Gar nicht. Ich hab eindeutig zu oft. Ja. 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 Ich hab eindeutig zu lange vollhanden. Man tut sich jetzt nach hier, verdammte Scheiße. Da war schon los. Moment, hab mir durchgepasst. Ey, Benni, das sind die... Die... Ja, unten ist mir doch egal. Scheiße. Wieso kann ich trotzdem keine Punkte mehr machen? Wie kann ich troppen? Wie kann ich troppen? Y dann. Ja, keine Ahnung, wie ist genau gangisch. Ja, aber wie spielen wir bei einem richtigen Scheiße? Wenn man nicht vor die Base darf. Ist scheißegal, Franzi. Benni, jetzt ist Krieg. Oh oh. Ich krieg dich jetzt hoch, Mann. Ey, der kommt mit dem Panzer. Das passt. Ihr seid so schnell, kommt weiter. Ich hab dich jetzt unten. Hahaha. Ich hab so lange mehr wie hier drin. Na, kann ich bestätigen. Aber mit dem Scheiße geh ich jetzt schon nix. Ah, geil, Alter. Ups, Benni, was hast du gemacht? Dein Hänger. Was? Genau. Was soll ich machen? Nimm mich mit? Ist der geil? Ja, dann wird man natürlich. Du musst den Felsmann da oben erschießen. Ja, voll. Nein. 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 Bin ich. In die Schnauze voll. Schnauze voll. Ja, Mann. Wenn ich mit der Arzt wieder respielen will, dann bin ich entweder gleich tot. Oder soll der Röder vollkommen gehen? Oder soll der Röder vollkommen gehen? Oder soll der Röder weg? Oder soll der Röder nicht? Ja, oder ich bin grad am Schießen. Dann hoffen wir, dann bin ich halt vorne und dann weg. Ja, den Röder nicht. Oh. Hey! Tom spielt ab. Hey! Gut. Mit mir hat Tom jetzt serviert. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018